Jaaa, ich glaub kurz mal ich... Warte, warte, weißt du wo das ist? Warte kurz mal, warte, 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 bis es geschehen ist. Ne, da ist es nicht. Ich glaub ich weiß wo es ist. Ich suche gerade auf der Karte. Ich glaub es ist da bei Ellie, da hinten in diesem Wohnwagen. Ah, erstmal strecken. Ja, jetzt gibt es die Gesuche für die letzten... Was war das grad für ne Waffe? Hat ne Taschenlampe am Griff. Noch mit Panzertape angemacht. Ja. Hallo Ellie. Oh Julian. Willst du da mal reingehen? Willst du da mal reingehen? Nein. Hier ist noch ne Quest. Welche? Guck mal da. Ist unverfügbar, Clan-Krieg, taurig, taurig. Fahr mal vor, ich komm nach. Hoffe ich doch mal. Ich port mich zu dir. Jaaa, Alter. Warum warst du grad eben nicht dabei? Mhm. Ich hab grad das Auto hier über den Hügel rüber geschossen. Okay. Ich glaub wir können die Clan-Krieg-Kette noch zu Ende bringen, mit Stephen Hawkins, da sind der Auftraggeber. Jo. Ernsthaft? es ist holger auf zum ob sie ob sie die geile Schnitte auf geht übrigens vielen dank an die Prozent vielen dank an die Entwickler von Borderlands 2 dass sie Moxie eingefügt haben und Ali und hier wie heißt die andere Firehawk ja und die kleine die Tiny Tina ja klar für ein paar der geilsten Cosplays der letzten paar Jahre am meisten Ali's Cosplay am meisten Ali googelt mal und bei Google Bilder nach Cosplay Alley und Leute ich kann euch gleich sagen wenn ihr Moxie Cosplay sucht die Titten hängen da nicht so raus nein das sieht trotzdem gut aus sieht gut aus ja erstmal die Taste für Reitier drücken die ich in Terra so belegt habe hat es geklappt nein ich störe seine Waffe du Depp ja lass mal gucken ist dein Mongo Bier kaufen? ja das Bier kaufen wo holt die ihr Bier wo holt die es raus? wie kommst du auf der Aufnahme? ja ja ich hab's drauf bist du auch besoffen? wenn man besoffen ist man ja mal ganz nett und freudig dann spendet man erstmal richtig viel Geld die gibt immer wieder die selbe Waffe ist dir klar achso ja dann geh ich hierhin ich will ja weitermachen jetzt ne? ich glaub der effekt halt nicht ewig an Nico ich warte auf dich bis du startest oh Skin-Anpassung gewonnen ist Skin-Anpassung Alter geh mal raus auf das Skin-Anpassung ich bin grad eben aus dem Menü rausgegangen ist Skin-Anpassung nicht volles rassistische Wort? wieso? dachte sich Michael Jackson auch ne Skin-Anpassung ne? läuft bei dir immer noch besser siehste? ich war gar nicht so falsch mit der mit dem Ort der Ortsangabe hier ja ist klar du und deine Ortsangaben ey ja ich längs verreckt ja ne auf gehts ab gehts drei Tage wach ja ich bin vorfeuer bringt Kranat lasst dir Zeit such dir einen guten Platz zum Feuern und dann töte sie alle wir haben uns heute hier versammelt um Lucky's Gewinne zu gedenken Lucky war ein guter Mann sein gutes Herz und seine reine Seele Julian granaten werfen so lang an oh 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 machen sie Schaden ich war nicht da ich war nicht da der Bastard war wahrscheinlich gerade beim Schnappsohlen na schön komm wieder her wer überfällt denn eine Trauerfeier? das war zu viel Hodunk jetzt heißt es ihr oder wir der wird sofort gegen Hodunk auf Leben und Tod ein Spielautomatis lol ich buggele fest was geht sieht so aus als steht die entscheidende Schlacht bevor wuuuuh sind die wütend schwing deinen süßen Hintern wieder hierher dann sehen wir wie wir diesen Trick beenden oh ja geht klar ne ah ist die Toilette komm mal her wo ist der Ausgang alter? oh du bist so ein Wonko а du bist immer noch besoffen? dürfst duơm solche Auto fahren? Also Leute besoffen oder angetrunken, niemals Autofahren. Meine Borderlands. Jaja, wir müssen aufpassen, dass die Bullen uns nicht catchen. Oh, die Bullen in Borderlands sind Hardcore. Hat doch schon mal einen Sheriff getötet, ne? Ja, wir haben seine sämtlichen Mitarbeiter umgenietet noch so aus Just for Fun. Hm. Triff mich am Bahnhof von Lynchwood. Lynchwood. Nico und ich fahren. Hey Kumpel! Wir haben die Säfferds am Bahnhof von Lynchwood im Fadenkreuz. Triff uns dort und wir beenden diese Clan-Fäde ein für allemal! Wer nehmen wir? Hm. Sobald der Kampf läuft, kannst du erst weg, wenn eine der Familien tot ist. Ich würde sagen, wir nehmen die Iren, die haben einen geileren Style. Die Hodongs, ne? Ähm. Wer war jetzt welche? Fuck. Ja. Der ist jetzt blöd, ne? Wir werden gleich sehen. Was machst denn du, Junge? Achso. Geh doch in den Vegetar rein. Digga. Wuuu. Das ist doch hier. Ist das hier? Lol. Hä? Was klar warst du? Wir schießen auf die andere Seite, ne? Auf die, wo uns gegenüber steht. Okay. Jimbo und Tato. Achso, jetzt nehmen wir gegen die Hodongs. Dann dürfen wir losballern? Jetzt. Und du bist eine Töne wie die andere? Ja. Geh mal los. Schon fertig? Lol. Alter, Julian. Was? Was ist das denn? Eine SMG. Was sollte das hier sein? Ein Hackfleischbällchen? Das hat sich bei mir gerade noch so buggy bewegt. Und hat sich dann gefestigt zu dem Kloppen, der jetzt da an der Wand hängt. Ja, Nico. Mit Kloppen, die an der Wand hängen, kann es sich eigentlich aus, ne? Da ist der Arm ab. Gehen wir? Sind wir jetzt nicht eigentlich für die Iren gewesen? Doch, wir waren noch für die Iren. Okay. Okay. Dann müssen wir... Fahrer fix zu Ellie. Ja, mach. Reisen. Ja, ja. Der Nico ist da. Ja, Digga, jetzt müssen wir nur noch das Fing Slaughterhaus finden. Julian. Ja. Hä? Achso, da oben. Ja, aber jetzt müssen wir eben noch das Fing Sphinx-Ding finden. Da können wir ja auch noch so mal ein rundenbasiertes Battle machen. Triff Claptrap und bring es zu Ende. Das ist, äh, auf Ende. Hier, Feierabend. Achso. Achso, das ist ein Talonaufgarten. Achso, das ist ein Talonaufgarten. Ich geh mal schnell, äh, was suchen. Ich streck mich grad mal fett. Was suchst denn du? Oh, das Ding ist, äh, äh, Border... Schild. Durchlein. Das soll Granaten-Mod sein. Wo trägt man eigentlich das Artefakt? Äh, ganz einfach. Am Körper. Also, wenn ich jetzt ein Profilbild für Yul da machen würde, dann würde ich so fotografieren. Ne. So. Oh, das ist zu viel. Hm. Okay, gut. Ich weiß, wo wir hin müssen. Porte mal zu, der Fridge. So. Hab's schon. Ne, so. Ja, also... Ja, also... Ich hab grad den Leuten gezeigt, wie man ein Profilbild von dir erstellt. Aha. Ich darfst dreimal raten, wo der... Wo der Zoom hingeht. Lass mich raten auf meine Titta von Arsch. Irgendwie da, in der Richtung. Oh. Wo müssen wir hin? Hier rein. Irgendwie gibt's auch ein paar. Ich hab dir noch ne Granate an den Rücken geworfen. Ja, Fick. Kannst du den beliebten Ring des Gemetzels überleben? Auf jeden, Digga. Läuft. Ich hab da oben ist ein Knapke. Öffne mal alle Behälter. Ja? Ja, könnte hilfreich sein. Muni. Öffne, nicht aufnehmen. Ach so. Komm hier hoch. Ich öffne grad noch Behälter. So. Kannst du auch gleich noch machen. Hier kommst du nicht hoch, drübenst nicht. Geil, Julian. Hammer geil, was du laberst. Pass auf die Selbstmordaffen auf. Dürfen wir nicht einmal umkippen? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Und auch noch mal auf den Kreis hier nicht verlassen. Bis jetzt ist es nicht schwer. Ne. Oh, kritische Treffer. Versuch zu gritten, Nico. Nicht ganz easy, wenn der hin und her braucht. Einen hab ich. Kritisch Headshot. Jetzt gehen die Gegner aus, bevor die kritischen Treffer haben. Ja, komm, krit läuft. Krit. Krit. Ne, kein krit. Goliath da unten. Achtung. Goliath! Du hast mich da weggeschlagen. Kein Goliath. Das war immer nur ein harter Kill mit einem Schaus. Seiten kommen sie. Nimm die andere Seite. Komm schon! Alter, ich treff nicht. Alter. Krit. Krit. Oh scheiße, der Goliath killt die. Wie sagst du nochmal? Der ist immun gegen seinen Schuss jetzt. Ach, dann weg da. Der konnte jetzt echt nicht viel, muss ich jetzt grad sagen. Das war ein kritische Treffer killt. Alter, was ist das für ein Vieh? Laborratte. Krit kill. Ja, muss krit kill machen. Krit kill. Nope. Noch vier fehlen uns. Ich treff die nicht mit krit. Ja, lass mich snappern. Krit kill. Krit nach Kampf kill. Oh, ich bin runter gefallen. Nahtkampf mit Sniper. Versuch, wie gesagt, versuch halt kritkills zu machen. Ich guck mal grad bei nem Goliath battle zu. Ein ätzender Goliath gegen einen rasenden ätzenden Goliath. Ne, ein badass Goliath gegen einen anderen kleinen badass Goliath. Lass mal zugucken. Nicht kämpfen, okay? Krit kill. Du hast'n einen gekrittet? Ja, headshot. Kein crit kill. Niko, headshots machen. Ja, ich hab'n immer auf'n Kopf gezielt. Oder uns sind zwei Stück. Wie willst du die krit killen? Headshot machen, das geht. Ja, dann verwandelt der sich doch. Nein, zweimal headshot machen. Du musst den kleinen Kopf treffen. Ach so. Alter. Krit kill. Zweimal tenende. Neimal der Kopf. Pännні ist n'Zwerg-Goliath. What the fuck? Krit kill. Könnt' nur mal killen. Das mach' ich grad. Ups. Das war sehr, sehr schwer. Ist eigentlich easy, die zweimal mit einem Headshot zu treffen. Ja. Klicken die echt eingefrorene Eisblöcken hier rein. Ich fühle meine Beine nicht mehr. Ja, warum? Ich mag die Mucke. Ja, ich fühle mich nicht mehr. Abwägen. Oh, oh. Headshot. Ja. Fettendran ist tot. Zweiter Headshot. Das war jetzt irgendwie voll überragend schwer. Das geht noch ein paar Runden. Ja, ist aber auch die erste Runde. Ich glaube, ich habe keinen... Mein Schild ist nicht mal kaputt gegangen. Nope. Wir auch. Mir auch, ne? Ne, wie auch. Achso, ja. Ja. Ich muss dich mal einen Facelab benutzen, um Leben zu regenerieren und sowas. Ich glaube, bei Runde 5 wird es richtig schwer dann. Wie in Orgasm halt auch, ne? Dann kommen dann Psycho, ähm, Psycho-Piecher da. Noch, ähm, noch ne Runde, oder? Ja, klar. Ich muss womöglich gleich essen. Ja, passt. Wie viele Grid-Kills brauchen wir diesmal? Warte, ich überleg mal. 15 wahrscheinlich, ne? Warte mal ganz kurz, lass mich überlegen. Äh, ich überleg, ob ich die Runde noch mitmachen kann, oder nicht, ähm. Warte mal kurz. Ich glaub nämlich, dass ich gleich keine Zeit mehr hab, die Runde mitzumachen. Passt, klar. Fangs mal an. Lass mich kurz überlegen. Ne, warte, warte. Boah, alter. Ne, passt nicht mehr. Die Runde dauert länger als 10 Minuten, ich muss weiter. Muss doch was machen. Na dann. Ich will die fürs nächste Mal aufheben. Okay, dann, ähm. Dann, Leute, sorry, dass es nicht weitergeht, ich bin leider, äh, äh. Ne Pussy. Ne Pussy, genau. Und muss halt noch andere Sachen in meinem Leben erledigen. Ja, ja. Und deswegen geht's für euch weiter bei der nächsten Folge Borderlands 2. Tschüss. Danke fürs Zuschauen, haut rein.